Ja, ich kläre jetzt einmal ganz kurz die Oberfläche. Ganz links, das nennt man die sogenannte Ich-Leiste. Hier hat man einen Überblick über die Aktivitäten, die man in der letzten Zeit gemacht hat, über die Chat-Funktionen, Teams, die ich bisher angelegt habe. Hier sieht man die Kachel-Funktion, die Teams, die ich bisher so erstellt habe. Das sind meistens nur so Test-Teams, um das Ganze ein wenig auszuprobieren. Das Aufgaben-Management, den Kalender. Hier kann ich auch Anrufe tätigen mit meinen Schülern oder auch mit Lehrern untereinander. Damit meint man natürlich auch Video-Anrufe. Hier sieht man die ganzen Dateien, die in letzter Zeit so hochgeladen wurden. Ja, hier oben am rechten Bildschirmrand sieht man noch ein paar Funktionen. Unter anderem den Filter, den braucht man jetzt einmal nicht. Dann diesen Einstellungsknopf für weitere Optionen. Hier kann ich meine ganzen Teams verwalten, wenn ich mehrere habe. Oder die Ansicht wechseln. Damit meint man, ich kann zwischen Lehrer- und Schüleransicht hin und her schalten, damit ich auch gleich sehe, wie es der Schüler sieht. Das, was ich tue. Da kann ich ein neues Team erstellen. Oder einen neuen Team beitreten. Hier sieht man meine Initialen. Da kann ich ein paar Einstellungen verändern. Ich kann zum Beispiel ein Bild hochladen, dass die anderen Teammitglieder mich nicht nur anhand der Initialen, sondern vielleicht anhand von einem Bild erkennen. Das ist so ähnlich wie bei WhatsApp, die Statusmeldung von verfügbar auf beschäftigt, nicht stören. Das kann ich händisch einstellen. Wenn ich länger nichts mache am Computer oder bei Teams, macht das der Computer eigentlich selbstständig und stellt das auf beschäftigt. Was hier noch vielleicht wichtig wäre, sind die Einstellungen. Damit kann ich das Design zum Beispiel wählen. Ich kann MS Teams in dieser Standardeinstellung mir anzeigen lassen. Das ist eine helle. Oder wenn ich es lieber dunkel hätte. Das ist Geschmackssache. Ich kann sagen, meine Teams sollen in Kachelausrichtung, das nennt man auch Raster oder in so einer Liste, angezeigt werden. Da links sieht man meistens schon eine Vorschau-Funktion. Ich stelle es wieder zurück auf Standard Design und auf die Kachelausrichtung. Alles weitere im nächsten Teil. Das ist eine Vorschau-Funktion.